Hi, ich bin Stefan und heute schauen wir uns einen der großen Profiteure an, die vom Ölpreis oder von der Entwicklung des Ölpreises wahrscheinlich gut profitieren werden, nämlich die Shell-Aktie. Und zwar blicken wir wie immer einmal auf das Zahlenwerk hinter dem Shell-Konzern. Das heißt, wir gucken einmal, wie ist die Aktie gerade ein gutes Unternehmen zu einem günstigen Preis. Das ist nämlich das, was wir hier immer auf dem Kanal machen. Wenn du denkst, dass das eine sinnvolle Strategie ist, lass doch ein Abo da und auf geht's! Ja, beginnen wir einmal mit der Schnellübersicht. Ihr seht es hier, die Shell-Aktie ist ein Öl- und Gasversorger, kommt aus Großbritannien bzw. aus den Niederlanden. Die hatten sich ja zusammengeschlossen, deswegen gibt es auch A- und B-Aktien. Die einen sind in den Niederlanden gelistet, die anderen in Großbritannien. Für uns macht das allerdings eigentlich kaum einen Unterschied. Die Punkte liegen momentan bei minus 6 Punkten, das ist nicht sonderlich erfreulich. Aktien, die 2016, 2017, 2018 und 2019 minus 6 Punkte hatten, haben in den Folgejahren im Schnitt den Markt um 12% unterperformt. Wenn wir dann die Dividende dazu addieren, sind wir also bei einer Unterperformance so ungefähr um 6% rum. Das ist natürlich keine Garantie, aber das ist halt einfach ein Mittelwert. Und das ist tendenziell, also eher gerade, ja, also ist Shell nicht ganz so ein kluges Investment. Wenn wir uns das Ganze angucken, sehen wir, dass sie eine sehr schöne Dividende ausgeschüttet haben im Schnitt in den letzten drei Jahren. Allerdings die Investmentrendite relativ gering ist. Also wenn du momentan 1 Euro in das Unternehmen investierst, machen sie 2,6 Cent Gewinn und schütten davon 6 Cent aus. Die Unternehmensrendite liegt bei 2,2%. Das heißt, wenn das Unternehmen selber 1 Euro investiert, hat es im Schnitt 2,2 Cent Gewinn gemacht. Daran können wir also erkennen, dass die Unternehmensrendite relativ niedrig ist und somit das Geschäftsmodell ziemlich kapitalintensiv ist. Die Einkapitalquote liegt bei 41,8%. Das ist auf jeden Fall ein recht solider Wert und das Unternehmen sieht nicht gar aus, dass es in nächster Zeit pleite gehen könnte. Ja, einfach damit ihr einmal einen Überblick habt über die Profitabilität des Unternehmens, habe ich euch jetzt hier mal den Umsatz des Einkommen vor Steuern und das EBIT da markiert. Und da seht ihr halt, dass jeweils von diesem sehr hohen Umsatz, den die zum Teil gemacht haben, immer nur ein kleiner Teil als Gewinn ausgewiesen werden konnte. Das ist halt klassisch im Rohstoff-Business. Also im Rohstoff-Business hat man leider nur sehr geringe Profitmargen. Und auch wenn die Kurse mal so richtig hoch gehen, dann kann sich der Gewinn quasi verdoppeln. Das sieht man hier ganz schön. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie das gesamte Umsatz plus irgendwie als Gewinn oder so dazu kommt. So, dann hier einmal die Entwicklung des Unternehmens in grün. Seht ihr die Total Assets, also in dem Fall die Bilanzsumme, also die Größe des gesamten Unternehmens. Und wenn wir so zurückgehen, das geht ja bis 1998 zurück, sehen wir, dass in letzter Zeit die Assets im Wesentlichen konstant geblieben sind. Also jetzt hier seit 2010 tut sich ehrlich gesagt nicht so richtig viel bei dem Unternehmen. Das Einzige, was passiert ist, dass Eigenkapital aufgebaut wird. Das heißt, das Unternehmen, das generiert halt momentan Cash und benutzt das, um die Schulden zu reduzieren. Das ist natürlich nicht schlecht, allerdings muss man auch dazu sagen, es ist ja auch eher ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen nicht weiß, wie es sein Geld reinvestieren soll. Ja, dann schauen wir doch einmal kurz auf die Zahlen, wie sie sich jetzt ganz aktuell in 2021 ergeben haben. Ja, wir haben momentan eine Marktkapitalisierung von ungefähr 200 Milliarden und der Umsatz liegt hier bei 261 Milliarden. Wie ihr dabei an unschwer erkennen könnt, handeln wir momentan unterhalb des Umsatzes. Allerdings, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Kostenstruktur ist halt ziemlich krass. Das heißt, wir haben sehr hohe Kosten bezogen auf den Umsatz und deswegen der Gross Profit liegt gerade mal bei 35 Milliarden. Bezogen jetzt auf unsere Marktkapitalisierung von 200 Milliarden ist das also relativ gering. Ja, der Gewinn vor Steuern liegt momentan bei 30 Milliarden, das ist auf jeden Fall sehr schön. Wie gesagt, da sind wir hier so in dem Bereich um 2018, 2019 rum. Das heißt, ich gehe mal von einem Gewinn je Aktie aus so von 4,50, 5 Euro ungefähr. Das heißt, ich gehe mal von einem Gewinn aus, der so ungefähr bei 4,50 oder 5 Euro liegen wird. Das ist auf jeden Fall prinzipiell erstmal sehr angenehm. Die Investmentrendite ganz aktuell liegt dementsprechend momentan bei 17,5 Prozent. Das ist natürlich ein absoluter Top-Wert, den wenige so große Unternehmen erreichen, die jetzt wie Shell. Heißt das jetzt, dass das jetzt absolut durch die Decke gehen wird? Nicht unbedingt, weil wir ja ein sehr zyklisches Business haben und die Gewinne natürlich auch mal wieder schlechter werden können. Insbesondere, wenn ihr euch mal das letzte Jahr anschaut, da hatten wir einen Verlust gehabt von 23 Milliarden. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr 10 Milliarden im Plus, wenn man es die letzten beiden Jahre zusammenfasst. Das ist natürlich nicht ganz so erfreulich. Für unsere 200 Milliarden kriegen wir momentan 400 Milliarden an Assets. Das heißt, das gesamte Unternehmen ist halt 400 Milliarden wert. Das ist auf jeden Fall ganz positiv. Allerdings, das Eigenkapital liegt gerade mal bei 175 Milliarden. Das heißt, wir handeln aktuell noch nicht auf dem Level des Eigenkapitals. Alle drei Wochen setze ich mich ja mit möglichst vielen von euch einmal zusammen und wir machen die Mastermind-Gruppe. Kannst dir mal überlegen, ob du da auch mal vorbeischauen willst. Das ist aktien-akademie.de-live. Und da habe ich auch den Alex kennengelernt, der mir ein bisschen geholfen hat, hier meinen Auftritt noch ein bisschen zu optimieren, weil ihm noch ein paar Dinge aufgefallen ist, der selber aus diesem Bereich Online-Marketing kommt. Und der hatte auch einen Wunsch. Und der hatte nämlich den Wunsch, dass ich in meinen Videos mal sage, wann denn für mich die Aktie jetzt interessant wäre, beziehungsweise wann nicht. Dass man einfach so ein bisschen konkretere Angabe hat. Und genau das möchte ich jetzt einmal versuchen. Das heißt, wir sehen jetzt hier unseren Chart. Wenn wir uns den langfristigen Chart mal angucken, dann sehen wir, dass die Shell-Aktie immer so ziemlich starke Schwankungen hat. Also wir sehen hier, dass das Ganze hier runtergeschossen ist, wieder raufgegangen ist. Und jetzt wäre ja mal interessant, sich mal anzuschauen, wie sieht das denn mit dem Ölpreis aus im Vergleich dazu. So, dazu habe ich euch das jetzt genau einmal aufgezeichnet. Also ihr seht jetzt hier die Entwicklung des Ölpreises im Vergleich zur Entwicklung der Shell-Aktie. Ja, also wie wir sehen, laufen die durchaus ähnlich, aber halt auch nicht komplett gleich. Also wenn der Ölpreis hier so schön anzieht, dann zieht die Aktie auf jeden Fall mit. Allerdings sehen wir auch, dass jetzt hier zum Beispiel dieser extreme Anstieg nach oben im Ölpreis, dass da die Aktie nicht mitgelaufen ist. Die ist bis hierhin noch gestiegen und dann hier über diese Periode hin ist das Ganze mehr oder weniger konstant geblieben. Das heißt, wir sehen schon, der Ölpreis kann sich wesentlich stärker bewegen, als die Aktie selber tut. Jetzt selber, wenn wir uns das jetzt mal angucken, jetzt ist der Ölpreis hier ja auf diesen Levels von hier oben. Und wenn wir das jetzt mal im historischen Vergleich sehen, also hier zum Beispiel, dann sehen wir, dass die Aktie aktuell noch relativ günstig ist, was natürlich auch so ein bisschen an den Unsicherheiten im Markt liegt. Das heißt, prinzipiell kann man auf jeden Fall sagen, ist es durchaus so, dass der Ölpreis oder dass die Aktie momentan noch relativ günstig ist im Vergleich zum Ölpreis. Das heißt, man könnte durchaus davon ausgehen, dass es noch weiter rauf geht. Dazu kommt noch, dass wir natürlich durch die Inflation, die wir hatten, Geld jetzt natürlich weniger wert ist. Das ist jetzt hier zum Beispiel noch in 2008, 2009. Wie wir auch sehen können, ist der Ölpreis noch nicht auf den Spitzen angekommen. Also wir haben immer noch nicht die Spitze hier oben erreicht. Und ich gehe mal davon aus, dass der Ölpreis durchaus auch noch höher steigen kann. Also dass der durchaus hier vielleicht bis 500 Prozent oder sowas noch rauf gehen kann. Einfach aufgrund der Inflation und der Tatsache, dass das Geld jetzt halt gerade einfach weniger wert ist. Von daher würde ich sagen, kann man durchaus momentan in Shell noch investieren, weil man davon ausgeht, dass es weiter rauf geht. Fakt ist aber, wie ihr hier zum Beispiel in diesem Peak hier erkennen konntet, und ich denke, wir sind in einem ähnlichen Szenario wie hier 2008, 2009 gerade. Da seht ihr, dass der Aktienkurs nicht mehr weiter gestiegen ist. Also es kann euch durchaus passieren, dass die Aktie jetzt seitwärts trendet, obwohl der Ölpreis weiter rauf geht und dann sitzt man da und weiß nicht genau, was man machen soll. Und naja, so ein richtig perfekter Einstiegszeitpunkt ist meiner Meinung nach jetzt gerade nicht. Wo wäre ein Einstiegszeitpunkt, der vielleicht sinnvoller wäre? So ein Preis so um 40 Euro rum wäre, denke ich, durchaus eine ganz attraktive Bewertung aktuell. Ich gehe halt davon aus, dass die Dividende auch weiter bezahlt wird und dass es deswegen sicherlich ein ganz spannendes Investment aktuell ist. Als ich in KNOCK investiert war, das ist ja der chinesische Hersteller oder der größte chinesische Produzent, da hatte ich das ja schon mal gesagt, es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die aktuell noch investieren in Öl und KNOCK war halt einer der wenigen. Deswegen habe ich dort mal rein investiert gehabt. Jetzt mit China ist das Ganze natürlich auch abgeschmiert. Aber ich denke, wenn du dich für Shell interessierst und nicht davor zurückschreckst, eventuell auch eine chinesische Aktie zu kaufen und auch einen chinesischen Staatskonzern, auch das ist sicherlich negativ, dann kannst du dir durchaus mal die KNOCK Limited Aktie anschauen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die gerade dann durchaus spannend für dich ist. Ein zweiter Wert, den man nehmen könnte, wären hier diese 55 Euro. Da wären wir halt gerade auf Höhe des Eigenkapitals. Auch das ist durchaus ein Wert, der vielleicht Sinn machen würde. Das heißt, das wäre jetzt hier quasi nochmal ein Rückgang so um 10 Prozent, was ja in den letzten Tagen immer relativ schnell mal passiert. Wir haben eine unglaubliche Schwankung aktuell im Markt. Ja, damit haben wir jetzt glaube ich alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Also, wir haben mal nachgeguckt. Shell ist momentan durchaus ganz attraktiv bewertet, insbesondere die Ertragslage sieht ziemlich gut aus. Wir haben uns angeguckt, wo es sinnvoll wäre, die Aktie eventuell zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und ja, ich hoffe, das hat dir soweit gefallen. Hier ist jetzt noch das Video zu KNOCK und noch meine Aktienanalysen. Da ist garantiert noch eine Aktie dabei, die auch dich interessiert. Also, ich hoffe, das hat dir gefallen. Falls ja, Daumen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!